Hi! Ich wollte euch schnell mitteilen, es gibt die neue Glamour Shopping Week mit der Glamour Shopping Card vom 2. bis 10. Oktober. Bisher habe ich die letzten Male euch ja immer Bescheid gesagt, wenn es die neue Glamour gibt. Das mache ich auch heute. Und diesmal auch übers Handy, weil ich das einfach mal ausprobieren wollte. Geht jetzt auch ganz fix und schnell. Wir haben unter anderem dabei zu Eva, H&M, Buffalo, Esprit, Kiel und Douglas und Accessorize und Richards und Opus, worüber ich mich jetzt wieder sehr freue. Wir wissen jetzt aber noch nicht, was es für Vergünstigungen gibt, weil ich es gerade erst ausgepackt habe. Ich gucke mir jetzt gerade nur hier schnell die Übersicht an und ja, wahrscheinlich werdet ihr von mir ein Haul sehen dazu, falls ich damit einkaufen gehe. Das habe ich in den letzten Malen eigentlich immer wieder gar nicht so gemacht. Ich weiß nicht so richtig zumindest. Ja, das war es eigentlich auch schon. Die Glamour kostet 2,90 Euro und die Shopping Card ist da ja umsonst dabei. Überzeihung. Und ich werde jetzt gleich mal gucken, was es da so für tolle Sachen gibt. Ja, das war es. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.